Warum unterirdisch bauen? Es ist unnatürlich! Was mich tierisch nervt ist, dass ich, wenn ich nachlade, immer wieder anvisieren muss. Ach, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen sehr abgehackt rede. Äh, wir haben noch... Das ist doch hier irgendwo Schweine. Ich komme aus der Lüftung da oben. Da kommt ein Schweinchen geflogen. Kommt ihr zum? Ich schweiße sie zu, Leute! Die ist versiegt. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Du blutest ein wenig, aber du wirst überleben. Danke. Also Heilung habe ich so viel, wie ich möchte. Ich muss nochmal gucken, dass die immer nachlädt. Okay. Ist jemand... Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Danke. Was hat denn diese Idioten vor? Was ist da denn eskaliert? Bleib mal bei dem Sunny hier. Die Zeit ist fast um. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. 132er Ping. fing. ging. Ich schwang sie sind. Ich habe ihn nicht gew epilepsy. Ich wohre推 pięć. Ich weiß für den ninguna. Anfache, ich habe ihn nicht das Essen valor. Ich mach dir das Choich. Wait, was du D prereispann? Section bitte jetzt geht es um don... Die Zeitlupe zwischendurch, die nervt so ein bisschen. Oh, im Flug. What the fuck? Äh. Muni wär ganz gut. Naja. Oder noch meine Pistole. So komische Geweiche. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Äh, vielleicht werde ich nicht immer alles aufnehmen, aber vielleicht einfach mal auch so. Das sind so Sachen, die man sehr gut streamen kann hier. Hä? Achso. Haben wir keinen Supporter dabei? Ich kann es kaum erwarten loszulegen. Ist das ein Medic? Hm. Hier werden also diese unheiligen Abenteuer... Letzte Chance, ich muss die Kapsel zumachen. Warum musst du dir eigentlich was zumachen? Lass die doch auf. Es wird doch keinen, wenn die auf ist. Ja. 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 Und ich bin ja auch ganz alleine, das ist eine ganz dumme Idee. Leute, ich komme mal vorbei, ich bringe ein paar Freunde mit. Was? 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 Ah, dass die Waffe ständig leer ist? Schon wieder. Und ich hänge irgendwo schon wieder fest. Ach, die haben die Türen da mir zugemacht. Ah, wie geil. Geht nicht hier ab. Hier könnten wir es saugut verteidigen. Oh, komm zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Auf geht's. Ich bin geheilt. Und deshalb fass ich nicht mehr am Tod vorhanden. Was ist das für ein ekelhafter Schleif? Wo sind wir denn? Bei drei von sieben. Was zum Teufel machen die hier? Ich schließe die Kapsel gleich. Sieht sich jetzt sehr seltsam aus hier. Sieht aus wie der böse Cousin von Tofu. Der klingt aber auch schon wieder irgendwas. Geht und tötet mehr Sets. Okay. Ich hab noch nicht so viel gekillt. Ich muss mal mehr töten. Sieht aus wie Tante Louis Tapioca. Ah, hör auf mit der Scheiße. Kommt, springt mich ein Clown von hinten an. Sehr gut. Moment, ich muss nackern. Achtung, hier ist ein Verhüllter in der Nähe. Die großen platzten immer am besten. Hier ist ein Verhüllter in der Nähe. Alter, ich weiß nicht, was hier gerade explodiert ist, aber irgendwas ist hier gerade hinter mir. Sehr eskaliert. Das wird mir helfen. Neues Magazin. Der Typ ist gefährlich, der explodiert das. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Als das Vieh mich angesprungen ist, hat mich eine Fliege am Ellenbogen berührt. Mann, bin ich gerade zusammengezogen. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Okay, jetzt brauche ich definitiv wieder Munition. Konzentriert euch. Kurz vor der Niederlage... Was ist das für ein ekelhafter Schleim? Liegt aber auch nirgendwo was rum. Da lag was rum. Ja, ich weiß. Kauf mehr. Brück dich. Ich bin arm und riskiere mein Licht. Es hat sich nichts geändert. Beeilung, die Sets kommen näher. Kann ich doch nichts für. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Wie diese extra Dinger aussehen hier. Wollen Sie mich wieder einfrieren? Angriff! Eskaliert da erstmal? Alter. Das ist eine verdammte Sirene. Wir haben ihr Tschüss besetzt. Aber es sind noch einige. Alter. Jaa! Aaaaah! Schengel! Ach so, jetzt geht's hier. Aaaaah! Du bist drin? Ich hänge schon wieder, jetzt. Jetzt geht, ich hänge. Also diese Waffe von dem Typen... Hier ist etwas Munition! Also es gibt glaub zwei Klassen, die ich äh... oder drei Klassen, die ich spiele werde. Ich werde mal alle Deutsch probieren. Aber der Sunny, der Versorger... und der Berserker. Wobei mir eben... ein bisschen... ein bisschen... äh... ja, bisschen nervig finde, dass der... Berserker keine, ähm... Sachen machen kann. Also... Wahrscheinlich steckt er einfach nur mehr ein. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kapswelle für mehr Ausrüstung. Das war gerade mal die fünfte Welle, ey. Also... Ihr habt gute Arbeit geleistet und alle haben überlebt. Aber wahrscheinlich wird's darauf hinauslaufen, dass ich die zwei spielen werde. Also Sunny und Versorger. Also die Waffe von dem Typen war eben mega. Dezent eskaliert. Schön, dass du wieder zurück bist. Äh... Blute nicht alles voll. Okay. Bup, bup, bup. Ach komm. Ich werde dich reich machen. Wenn wir hier unten sterben, muss uns niemand beerdigen. Blute Geldanlage. Gibt es Google noch? So wie es aussieht, kann ich dir gleich kaufen. Ich schließe die Kapsel gleich. Ein alter Klassiker. Genau wie... Beschütze das Gebiet. Ah, die brauchen lange zum Nachladen. Die brauchen lange zum Nachladen. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wir probieren's mal. Wir können die Kite jetzt ja ähnlich mit ins nächste Level nehmen. Also nächste Runde. Ich hab hier Munition. Dämoner! Sicher muss man! Weg! 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 Das ist ein Schock, ey. Alter, hab ich nicht gerade erschrocken. Ich vermisse so ein bisschen die Waffe, die ich vorhin hatte, die erste. Äh, Quatsch, diese... Ich hänge schon wieder. Nein, ich hänge schon. Sehr. Oh, komm zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Gemacht. Du hast einiges abbekommen. Lass dich verarzten. Sechs von sieben. Ja. Hallo. Hallo. Du brauchst Munition. Nur so als Tipp. Du bist zu gütig. Na, ich kann's eh nicht. Äh, auffüllen, auffüllen. Komm, wir füllen hier mal alles auf. Manche Leute sagen vielleicht, dass mein Leben langweinig ist. Unglaublich, wie schnell das wirkt. Der Herr ist meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Wir werden mal in der nächsten Runde mal den Versorger ausprobieren. Der kann den Leuten irgendwie Munition, das ist bestimmt auch ganz geil. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Die Wombles sind nichts gegen diesen Ort. Von dir aus gerne. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Jetzt du bitte für einen Moment still. Gut, benutze diese Wundermedizin. Hier, bitte. Hier ist wahrscheinlich etwas. Aber das ist noch nicht die Endboss-Gegnerwelle. Die kommt noch. Das ist noch nicht die Endboss-Gegnerwelle. Die kommt noch. Äh, falsche Tasse. Die ist noch nicht die Endboss-Gnerwelle. Achso, was soll ich sein? Ich hab so schnell hier verorsづldig, nicht die Endboss-Gnerwelle. Oh, wie hier ist das nicht bei Neume der Kampferfay-Gnerwelle. Die sind aber nicht die Endboss-Gnerwelle. Ich bin ein Pro whatsoever. Ich würde einfach mal gern wissen, wann löst das immer diese Zeitlupe-Attacke aus? Ich hoffe, es kommt nicht wieder dieser fette Typ. Was? Wow! Ich fliege dich wieder zusammen. Das wird unser aller Endes. Bleib stehen, verdammt! Wo bleibt die Action? Ich muss etwas Geld verdienen. Alle geheilt? Ja. Hier geht die Munition aus. Ja, ja, ich weiß. Was kann man denn so im Nahkampf noch? Typ. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Wer hat es doch nicht gegeben? Genieße es! Ich kann es kaum erwarten, loszulägen. Du, 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 du. So. Ich schließe die Kapsel gleich. Dann kommt jetzt der finale Gegner. Ich hoffe, es ist nicht wieder dieser E-Klicker. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Der Boss kommt. Mehr Sets kommen. Das ist doch noch. Okay, den kenne ich noch nicht. Sieht aber auch nicht nett aus. Okay, wenn ich die Hände sehe, weiß ich, dass er nicht nett ist. Ah, ich habe eine Waffe. Okay, Nahkampfwaffe ist scheiße. Ich hänge. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ja, jetzt kommt der Nächste. Ich wollte mich alle verarschen. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Der Laufstieg. Wir haben ein paar Kanaden hier. What the fuck? Ich bin tot. What? Wir haben trotzdem geschafft. Nice. Toll, der wirft jetzt Geld. Ach so, wir können ja nicht mehr benutzen. So, Meister der Medizin. Ich habe leider, weil ich bin ich gar nicht... Ja, ich habe gar nichts erfüllt. So, Kills mit Pistole, Heilung. Große Set-Kills. Das sind mehr als sonst. Okay. Gut, meine Lieben. Ähm, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, äh, Let's Play Killing Floor 2. Wahrscheinlich in drei, zwei, drei, vier Tagen. Also immer abwechselnd. Schaut oben in die... Let's Play Übersicht auf der Startseite, ganz oben rechts im Heat. Da sieht man das. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.